Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Seit exakt 469 Tage ist Horst Zürichhofer Bundesbauminister. 469 Tage. Ich erwähne das deshalb, weil wir heute das erste federführende Gesetz aus dem Bauministerium zu bezahlbarem Wohnraum beraten. Das erste Gesetz nach 469 Tagen. Es tut mir leid, das ist sehr, sehr spät. Eigentlich ist es schon viel zu spät. Es wird der Brisanz und der Entwicklung im Mietwohnungsmarkt nicht gerecht. Den Menschen in unserem Land steht das Wasser mit den Wohnkosten bis zum Hals. Die Mieten gehen rauf. Auch die Kosten fürs Eigenheim steigen munter weiter. Trotz allem Baukindergeld, aller Strohfeuer-Afer und des ganzen Regulierungswahns. Wir kommen nicht voran. Obendrauf verfehlt die Bundesregierung auch noch die selbstgesteckten Wohnungsbauziele. Dabei wäre eine Bauoffensive wirklich mehr als dringend notwendig. Es fehlen nach 469 Tagen im Amt immer noch Millionen Wohnungen in Deutschland. Deswegen steigen die Mieten und die Preise. Wohnen wird aber erst wieder für alle bezahlbar, wenn wir mehr bauen, wenn wir schneller bauen, wenn wir günstiger bauen. Das muss oberste Priorität haben. Alles andere ist Globulipolitik. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass diese Wohnungen, die wir brauchen, nicht bis morgen gebaut sind. Deswegen müssen wir die Menschen, die sie die Mieten nicht leisten können, unterstützen. Und ich sage ganz bewusst die Menschen. Denn wir als FDP wollen das Geld nicht in Beton gießen wie alle anderen Parteien. Deswegen ist das Wohngeld grundsätzlich eine gute Idee, weil es treffsicher denjenigen hilft, die wirklich Hilfe brauchen. Weil es den Menschen hilft, in ihren Wohnungen, ihren angestammten Viertel zu verbleiben und sie nicht in Sozialsiedlungen an den Stadtranz erzielen. Aber mit dieser Reform nach 469 Tagen gehen Sie in die richtige Richtung. Aber das Wohngeld hat auch noch viele Probleme. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir anfangen, darüber zu beraten. Aber es ist auch mehr als überfällig. Denn seit Jahren drängen wir Freie Demokraten auf ein höheres und ein stärkeres Wohngeld. Und was noch viel wichtiger ist, auf eine automatische Anpassung des Wohngelds. Denn das Wohngeld ist momentan viel zu stark. Wer eine kleine Gehaltserhöhung bekommt, wächst aus dem Wohngeld heraus und hat am Ende weniger übrig. Das ist ein Riesenkonstruktionsfehler und es ist leistungsfeindlich. Deswegen bin ich wirklich froh, dass die automatische Erhöhung es auf unseren Druck hin mit in die Wohngeldreform geschafft hat. Nein, werter Kollege Kühn, ich gestehe den Grünen zu, dass auch ihr das erkannt habt, wie wichtig eine automatische Anpassung ist, was ja euch nicht immer gelingt, so etwas zu erkennen. Was aber nach wie vor ein großes Problem mit dem Wohngeld ist, ist der bürokratische Wahnsinn. Insbesondere bei den unteren Bereichen des Wohngeldes, wo der Übergang zu den anderen Sozialleistungen fließend ist, da kommt es regelmäßig zum Transferleistungshopping. Plötzlich muss man sich alle zwei Jahre mit immer neuen Formularen rumschlagen, obwohl sich eigentlich in der Lebenssituation nichts geändert hat, was ja schon schlimm genug ist. Und das wollen wir, genau das, dieses Transferleistungshopping und diese bürokratische Belastung der Menschen wollen wir Freie Demokraten ändern. Deswegen sagen wir, wir müssen alle staatlichen Transferleistungen zu einem liberalen Bürgergeld zusammenfassen. Denn gerade das liberale Bürgergeld ist unbürokratisch, es ist leistungsfreundlich und es ermöglicht allen, die Hilfe brauchen, ein selbstbestimmtes Leben. Deswegen würde es das Leben der Menschen auch wirklich erleichtern. Deswegen bitte ich Sie in Unterstützung für den grundsätzlichen Umbau unseres sozialen Transfersystems hin zu einem liberalen Bürgergeld, damit wir die Menschen genau da unterstützen, wo sie Hilfe brauchen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Nicole Gohlke für die Fraktion Die Linke.